Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Der Hukain Lashlip. Der Litlip ist ja jetzt schon eine Weile auf dem Markt und hat auf jeden Fall viele Herzen erobert. Ich glaube es gibt mittlerweile wirklich einige Leute, die ein Litlip zu Hause haben. War auch einfach ein super Kopf, schön sparsam. Smokebox hat drauf gepasst, hat nur 23 Euro gekostet, beziehungsweise mit Code SWG10. Nochmal ein kleines bisschen weniger hat man für knapp über 20 Euro einen wirklich sehr soliden Funnel bekommen. Der Litlip hatte nur ein Problem, er war relativ sparsam. Manchen Leuten ist es nicht wichtig Tabak zu sparen, manchen Leuten ist es wichtig Einsatzkohle, ein perfektes Raucherlebnis zu haben. Und genau an dem Punkt kommt für mich nicht der Litlip XXL rein, sondern der Lashlip. Der Lashlip kostet 2 Euro mehr als der Litlip gekostet hat, also 24,90 Euro, sprich 25 Euro statt 23 Euro und hat ein deutlich größeres Tabakdepot. Aber bevor ich euch mehr über das Tabakdepot erzähle, würde ich sagen, wir hüpfen einfach mal in den Kopfbau, gucken uns an, was der Kopf wiegt, wie viel Tabak rein muss und wie man das Ganze baut. So und dann kommen wir mal zum Kopfbau von dem Ganzen. Hier nochmal im Vergleich der Litlip, der wiegt 198 Gramm. Im Vergleich zum Lashlip, den wir jetzt sehen, der wiegt 253 Gramm. Also auf jeden Fall schon mal einiges mehr an Material. Als nächstes gucken wir uns den Kopfbau an. Hier mein Green Lean, natürlich schon gut umgerührt, so wie das sein muss für den Kopfbau. Locker fluffig, den Tabak einfach auf die Gabel und rein in das Köpfchen. Das Ganze mache ich dann erstmal rundherum, bis der ganze Kopf voll ist. Das kennt ihr ja schon von mir. Ziel ist dann auf jeden Fall so ein gutes Noppenkontakt bis Vollkontakt. So rauche ich am liebsten, das wisst ihr ja auch schon von mir. Und deswegen schnappen wir uns da einfach mal ordentlich Tabak. Ich achte nur grob auf die Verteilung. Also man will natürlich schon an jeder Stelle möglichst ausgewogen gleich viel Tabak haben. Wenn mal an einer Stelle ein bisschen zu viel ist, ist das aber auch kein großes Problem. Das können wir ja dann noch in Böschen verteilen. Deswegen schnappen wir uns als nächstes hier unsere Stecherseite von der Gabel-Stecher-Kombi. Könnt ihr alles Mögliche nehmen, was ihr wollt, was ihr da gerade breit liegen habt. Man kann natürlich auch einfach die Gabel nehmen. Wenn ihr eine Kuchengabel oder sowas habt zum Kopfbau, ist das natürlich auch absolut kein Problem. Mit der Gabel ist es ein bisschen fummeliger, den Tabak zu verteilen, finde ich. Aber an sich natürlich auch kein großes Problem. So, wir gucken, dass der ganze Tabak vom Rand weg ist. Wir wollen weder auf dem äußeren Rand noch auf dem Pfannellochrand irgendwie Tabak liegen haben. Gerade außen ist das wichtig, weil da dann später die Smokebox liegt. Und da soll natürlich kein Tabak drunter liegen, der dann irgendwie schnell verbrennen könnte. Ansonsten versuchen wir das Ganze nicht zu doll anzudrücken, sondern einfach nur angenehm zu verteilen. Gehen nochmal in der Mitte ein bisschen rum, damit nicht direkt was ins Pfannelloch fliegt. Und außen gehen wir dann auch nochmal rum, damit da, wie gesagt, nichts unter der Smokebox liegen kann. Außerdem ganz wichtig, der nächste Schritt nochmal mit dem Zewa über den äußeren Rand gehen. Wie gesagt, wenn der Tabak drunter liegen würde und ihr die Smokebox drauflegt, könnte das sehr ekelhaft werden. Und so ist das Köpfchen auch schon fertig gebaut. Sieht, denke ich, ganz nice aus. Durch das große Depot auch sehr, sehr easy. So, jetzt wiegen wir das Ganze nochmal. 253 hat er gewogen, jetzt 279, heißt 26 Gramm Tabak drinne. Im Vergleich der Lit-Lip 198 Gramm, jetzt 215, also 17 Gramm Tabak. So, den Kopfbau und die weiteren Eckdaten zu dem Kopf habt ihr jetzt gesehen. Jetzt ist die Frage, wie raucht sich das Ding? Wie lange raucht das Ding? Und taugt das Ding? Erst mal vorneweg, der Lash-Lip ist bei mir ein sehr gerne genutzter Kopf geworden. Er hat einen sehr, sehr großen Konkurrent und das ist für mich der Alpaka Huacaya, der aber nicht nur 10 Euro mehr kostet, sondern auch sehr, sehr oft ausverkauft ist. Der Lash-Lip hingegen ist mit 25 Euro zwar nicht billig, aber deutlich billiger als seine Konkurrenz. Für mich ist der Lash-Lip die absolut perfekte Ergänzung in dem Sortiment an Köpfen von Hukain. Bis zum Lit-Lip hatte Hukain für mich keinen wirklich geilen Kopf. Der Lit-Lip war ein Meisterstreich, nur er hat nicht genug Tabak genommen, sodass man mit drei Kohlen komplett anderthalb Stunden durchquatzen kann. Bei mir war mit dem Lit-Lip immer so nach, ich sag mal 60 bis 80 Minuten Schluss. Ich weiß, das variiert natürlich stark. Es gibt Leute, die rauchen auch den Lit-Lip anderthalb Stunden. Ich für meinen Teil muss sagen, mit einem guten Noppenkontakt war bei mir so nach 70, 80 Minuten wirklich Ende. Dann hat der nicht mehr genug gequimt, hat nicht mehr gut genug geschmeckt und ich wollte einen neuen Kopf. Das ist jetzt kein schlechtes Ergebnis, vor allem wenn man bedenkt, dass der Lit-Lip wirklich ein schön sparsamer Kopf ist. Das heißt, wenn Leute möglichst viel aus ihrer Dose rausbekommen wollen, dann ist der Lit-Lip auf jeden Fall way to go. Wenn ihr mit mehreren Leuten rauchen wollt oder ihr eine schöne lange Session alleine rauchen wollt oder sogar Kohle nachlegen wollt alleine, dann muss es der Lash-Lip sein. Hukain gibt an 24 Gramm, das kommt auch halbwegs hin, variiert natürlich immer je nach Tabak und Bauweise, ganz klar. Man kann einen Kopf nicht einfach mit einer Grammzahl angeben. Wenn da jemand ein Overpack des Grauens ballert, dann kriegt der auch locker easy 30 Gramm hin. Wenn da einer ganz fluffig auf Abstand baut, dann kriegt der den bestimmt auch mit 20 Gramm gebaut. Ihr habt ja eben gesehen, wie ich den gebaut habe. So fahre ich eigentlich immer am besten. HMD passt auch perfekt drauf. Ich benutze immer den Cloud Lotus 1 Plus, deswegen habe ich es jetzt auch noch mit dem getestet. Der sitzt auch sehr, sehr schön drin. Nicht so wie beim Oblaku, wo da manchmal noch eine Ecke rausguckt oder so. Das hat keinerlei Auswirkungen darauf, wie gut das funktioniert. Ob der jetzt komplett drin sitzt oder ob da eine kleine Kante rausguckt, ist relativ egal. Hauptsache die Schlitze sitzen über dem Depot vom Tabak. Das tun sie natürlich auch hier. Wollte ich nur kurz erwähnen, weil zum Beispiel auch beim Lit-Lip passt der nicht immer perfekt rein. Funktioniert natürlich trotzdem vollkommen. Aber für die Leute, die das triggert, dass da eine kleine Ecke rausguckt, beim Lash-Lip habe ich keinerlei Probleme. Da sitzt der Cloud Lotus 1 Plus optimal drin. Beim Design von dem Kopf ist es natürlich wieder komplett Geschmackssache. Ich persönlich muss sagen, der Alpaka Huacaya, da gibt es noch ein paar Colorways, die finde ich deutlich schöner als den Hukain Lash-Lip. Aber ich mag auch das Design vom Lash-Lip sehr, sehr gerne. Bei mir kommt es dann tatsächlich darauf an, welche Pfeife ich rauche, welchen Colorway ich da gerade haben will. Den Lash-Lip gibt es in ein paar Colorways, die es schon beim Lit-Lip gab. Aber bei weitem nicht so viele Colorways wie beim Lit-Lip. Wo wir schon beim Alpaka Huacaya sind, können wir direkt auch mal den Vergleich spannen. Ich finde, man merkt, dass Alpaka noch ein bisschen hochwertigeren Ton benutzt und dass Alpaka auch noch eine etwas schönere Glasur benutzt. Aber, und das ist der wichtige Punkt, ich würde glaube ich trotzdem lieber zu einem Lash-Lip greifen, als zu einem Alpaka, wenn ich nicht viel Kohle fürs Shisha-Hobby ausgeben will. Das heißt, wenn jemand aufs Geld guckt und nicht auf die letzten paar Prozent Performance geht, dann reicht der Lash-Lip absolut aus. Ich hatte keinerlei Probleme mit dem. Rauchentwicklung ist wunderbar. Rauchdauer ist immens. Also bei einem Satz Kohle habe ich unten immer noch Tabak, der unverbraucht ist. Ich persönlich lege daheim sehr, sehr selten Kohle nach. Bei mir ist das dann eher so, ich baue den Lash-Lip und ich weiß, Einsatzkohle geht komplett durch mit maximalem Rauch, mit maximalem Geschmack, bis die Kohle keinen Bock mehr hat. Aber nicht der Tabak hört auf, sondern die Kohle hört auf. Wenn einem diese letzten paar Prozent wichtig sind, dann würde ich eher zu einem Alpaka Huacaya greifen, falls man überhaupt einen bekommt. Wenn man gerade keinen bekommt, ist der Lash-Lip mit ein paar Prozent weniger Leistung, aber deutlich günstigeren Preis, auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Ich rauche echt gerne mit dem Kopf und ich rauche auch sehr oft mit dem Kopf. Bei mir persönlich ist es deswegen keine Entscheidung, muss ich mir einen Lidlip holen oder einen Lash-Lip. Bei mir ist es eher die Frage, will ich kurz rauchen und sparsam rauchen und den Tabak auch wirklich verbrauchen, wie zum Beispiel bei einem Must-Have oder so, der ja über 20 Euro kostet und noch sehr fein ist. Das heißt, in den Lash-Lip würdest du wahrscheinlich locker 30 Gramm Must-Have reinklatschen müssen. Oder will ich da 30 Gramm reinklatschen und vielleicht Kohle nachlegen und zweieinhalb Stunden am Stück denselben Kopf rauchen? Das ist für mich die Entscheidung, der sich da jeder stellen muss. Vielleicht noch kurz der Oblarko L im Vergleich. Ich würde sagen, zum Oblarko L ist es relativ easy. Tabakdepot relativ ähnlich. Material funktioniert ungefähr gleich gut. Das heißt, wenn ihr einen Oblarko L habt, dann braucht ihr keinen Lash-Lip mehr oder habt ihr einen Lash-Lip, dann braucht ihr keinen Oblarko L mehr. Meiner Meinung nach. Welchen von den zwei Köpfen soll man sich dann holen? Das ist meiner Meinung nach komplett Geschmackssache. Was ihr findet, was schöner aussieht, das sollte es werden. Aber wie ihr wisst, habe ich ja auch in der Vergangenheit sehr, sehr oft den Oblarko L geraucht. Und dass ich sage, der Hukain Lash-Lip ist da eine willkommene Abwechslung, ist da auf jeden Fall gleichwertig, will glaube ich schon einiges heißen. Also, Hukain Lash-Lip eine sehr, sehr schöne Erweiterung in der Reihe von Köpfen von Hukain. Sehr, sehr gut, wenn man mal länger rauchen will oder mit mehr Leuten rauchen will, im Vergleich zum doch sehr sparsamen Lit-Lip. Also, Hukain Lash-Lip